Du kannst dir eigentlich gar kein Haus kaufen oder so? Ne, man sollte mich auch nicht heiraten. Das ist einfach eine tickende Zeitbombe. Oder man muss arm sein, um mich heiraten zu wollen. Dadurch, dass ich eben als sogenannter Sozialhilfeempfänger behandelt werde, darf ich nicht mehr verdienen als den doppelten Hartz-IV-Satz. Und alles, was ich mehr verdiene, würde vom Sozialamt sofort eingezogen werden. Das müssen wir jetzt mal erklären. Also doppelter Hartz-IV-Satz wäre wie viel? Um die 700 Euro. Darf ich verdienen. Und das als Chef von 10 Angestellten verdiene ich weniger als meine Kollegen. Du musst auch die Miete, also die Miete übernimmt das Sozialamt. Ne, die Miete kommt da noch obendrauf. Aber ich kann jetzt zum Beispiel keine großen Bausparverträge abschließen, keine Lebensversicherungen abschließen, keine Rentenversicherungen abschließen. Ich kann nicht sparen, Urlaub, also auf den Urlaub sparen wird extrem schwierig. Und 700 Euro klingt jetzt erstmal viel Geld so zu haben, wenn die Miete da nicht mit drin zählt. Aber das ist halt extrem schnell weg. Ne, ich muss Bahn fahren, ich habe natürlich auch einen Computer und ein Mobiltelefon nötig. Ich kann mir auch kein Auto leisten, weil ich es gar nicht sparen kann. Weil du behindert bist, darfst du nicht mehr als den doppelten Hartz-IV-Satz im Monat verdienen. Genau, völlig unabhängig wie alt ich bin. Das heißt, das geht bis ich praktisch in Rente gehe, so weiter. Und ich steuere auf Altersarmut zu, weil ich eben auch keine Rücklagen bilden kann, so wie du vielleicht. Aber ich verstehe den Sinn einfach. Du hast einen normalen Job, du stellst Leute an, aber der Staat sagt dir, auch wenn du jetzt mehr verdienen könntest, darfst du nicht. Was würde denn passieren, wenn du sagen wir mal 2.000 Euro im Monat verdienen würdest? Dann würde der Staat 1.000 Euro davon abziehen, mindestens. Warum? Weil er sagt, er zahlt ja meine Assistenz und ich würde letztendlich dann mich an den Kosten beteiligen müssen. Man könnte ja überlegen, ob das nicht sogar lukrativer für dich wäre, wenn du sagst, okay, ihr bezahlt meine Assistenten nicht mehr, ich bezahle das selber, dafür kann ich so viel verdienen, wie ich will. Ja, aber dann muss ich so schnell so viel verdienen, also das ist ja ein relativ großer Sprung, den man dann machen muss, dass ich, keine Ahnung, um die 10.000 im Monat verdienen müsste, um meine Assistenz bezahlen zu können oder 8.000. Also Assistenz kostet natürlich auch viel Geld, das wollen wir gar nicht wegreden. Es kostet 6.000 Euro im Monat, aber sie kosten so oder so 6.000 Euro im Monat, also ob ich arbeite oder RTL 2 gucke. Das heißt, es ändert einfach nichts, die Leute können ja froh sein, dass wenn ich arbeite, ich ja auch Sozialabgaben zahle, wenn ich arbeite, ich auch Arbeitsplätze schaffe und ich vielleicht auch die Wirtschaft ankurbel durch den Konsum, den ich selber tätige. Aber der Konsum ist doch beschränkt. Genau, der ist beschränkt und bleibt natürlich auch beschränkt, aber er wäre noch beschränkter, wenn ich nur RTL 2 gucken würde. Der Unterschied, den ich aber sehe zwischen sogenannten Hartz-IV-Empfängern, die auch viel zu wenig verdienen und auch viel zu wenig haben, das soll jetzt hier kein Ausspielen sein, ist aber der Unterschied, dass ich mein Leben lang eine Behinderung haben werde. Und ein Hartz-IV-Empfänger im Idealfall, das vielleicht eher eine temporäre Situation ist und irgendwann vielleicht hoffentlich mehr verdienen kann. Aber bei mir ist es halt immer so. Und wenn ich jetzt zum Beispiel heiraten würde, meinen Freund oder meine Freundin, dann würde das bedeuten, dass er oder sie mit ihrem oder seinem Einkommen auch haften würde. Das heißt, zusammen dürften wir nicht mehr sparen als 3.200 Euro. Und alles, was darüber hinausgeht, inklusive Eigentum, wie wenn wir ein Haus besitzen würden oder so, würde dann der Sozialstaat einziehen. Stimmt, du kannst dir eigentlich gar kein Haus kaufen. Nee, man sollte mich auch nicht heiraten. Das ist einfach eine tickende Zeitbombe. Oder man muss arm sein, um mich heiraten zu wollen. Und das ist das Gesetz? Das ist das Gesetz. Das ist das Gesetz.